... ... ... ... ... ... ... ... ... Die Frage ist halt, ob die dich hochfahren, weil wir hochfahren ... ... oder ob die sowieso nicht hochgefahren wären ... ... ... ... ... ... ... Der ist stehen geblieben auf B3, könnte ich wetten ... ... ... ... Der Waffenträger hatte noch nicht nachgeladen, als er gestorben war und wir kriegen medium ja und sie kommen sie kommen leo und ich habe hier drin bei uns beim konkurren das ist ja hier von ihr das ist mal vorfahren hier so bitte ach wenn der panzer doch nur bald sein könnte steht und das hat sicherlich weh was nur was sie dem wc angetan hat ich bin abgeprallt in einem leo pda das muss ich auch mal hinkriegen oder nein so was ich kann mal vor hallo ich glaube den letzten resten reich mit und so schießt die aufeinander das habe ich sogar video also ausnahmsweise wirst du mal aus dem schneider und bleib stehen du blöder ihr 75 ich will dich ran mach den low hp macht den waffenträger ach und ich habe keine AI drin der brennt wieder brennt ich hatte keinen schuss auf den waffenträger ich mach dann wohl den 75 voll doch komm 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 denn mal ein bisschen ja geht nicht der ist fast genauso schwer aber ich habe HE drin passt schon wobei da zeigt sich grad ne waffenträger ist wieder weg das hat mir glaube ich sogar meine kanone kaputt gemacht aber ist ja egal ich glaube das ist mein bestes spiel mit fern dem panzer das ist traurig damit so der schnappste idee auf den hügel zu fahren willst du noch schießen oder soll ich ich kann nicht so da habe ich sogar kurz gebrannt jetzt muss ich aufpassen aber ich hätte nicht gedacht dass das so funktioniert Leute kommt nicht auf tohe ideen das funktioniert normalerweise nicht ich wollte grad sagen normalerweise verflug dich dann dein team ja gut ich muss auch sagen wir hatten halt echt den hügel für uns war ja nicht so als ob wir gebraucht werden nein das war einfach keine schnappsidee sondern das war mein taktisches Genie was dazu geschlagen hat kann man nicht anders sagen ich krieg hier nichts mehr ab oh, Batchett hinter mir ich hab dich genau gesehen Mist doch mit Mastery Batch in den Panzer fünffach xp fällt mir grad zu ein nice mhm wo ging der hin danke ja egal zwei schüsse versiebt aber es war lustig geil puh ich hätte ja nicht gedacht dass das so einwandfrei funktionierte nein das darf so so wir haben nur Second Class aber eine Steel Wall ja die haben wir uns verdient nur 2,7 Schaden aber Silver Line und Tesla haben hier richtig gerockt mit 5,8 und 4,2 also glaube ich ganz gut geschossen ja bis demnächst macht's gut tschüss guck vor allem im h in am w w Vielen Dank.